Entschuldigen Sie, wie beurteilen Sie die Zukunft von Brixen? Was? Soll das ein Witz sein? Nein, warum? Ja, ich mein, wie, 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 entschuldigen Sie mal, bin ich hier öffentlich befragt oder was? Ja, offiziell. Ah, bin ich, also bin ich hier im Fernsehen? Ja, ganz offiziell, wie gesagt. Ah, ich muss schon wissen, was da los ist. Also, also, ich bin Deutscher, ne, habe hier, bin hier ansässig und habe ein großes Haus hier. Habe hier auch schon was aufgebaut. Bin, bin etwas kurz, deswegen stört mich hier die Sonne. Komm, so, so. Also, wieder mal nochmal die Frage genau gestellt, also, Wie beurteilen Sie die Zukunft von Brixen? Also, also sehen Sie mal, ich, ich bin Deutscher und als Deutscher muss ich sagen, dass die Zukunft Brixens, also von Brixen natürlich ununterbar mit der Deutschlands, von Deutschland verbunden ist. Sehen Sie mal, alle Bärgebete sind ja abhängig von der Mark, von der deutschen Mark, also modern gesagt Euro. Aber im Prinzip, im Prinzip ist das ja dasselbe. Ha, 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 ha. Und der Effekt für alle, die wir hier doch einiges, einiges aufgebaut haben und Land besitzen, weil wir die Gegend so lieben, es kommt ja alles letzten Endes von Deutschland. Die Zukunft unserer Zukunft liegt hier.